Sowohl der Firefox-Browser als auch der Vivaldi-Browser werben mit hohem Niveau an Datenschutz und Sicherheit. Warum beide diesem Versprechen nicht gerecht werden können, zeige ich euch in diesem Video. Es kommt wieder mal alles anders als gedacht. Gerne hätte ich euch heute den Vivaldi-Browser als Alternative zu Firefox vorgestellt. Firefox nervt mich seit langem damit, dass in der Standard-Konfiguration viele Daten an Mozilla gesendet werden und nicht nur das, wenn man jetzt Firefox herunterlädt und installiert, wird auch noch eine Telemetrie-ID generiert, die mit Google Analytics kommuniziert. Das passiert aber nur bei der Installation, nicht im Browser, trotzdem sind das ja genau diese berühmten Metadaten, die ein umfassendes Bild eines Nutzers ermöglichen. Das ist übrigens, was ihr jetzt hier seht, ist die Standard-Konfiguration von Firefox, wenn man ihn installiert. Also hier werden tatsächlich schon relativ viele Daten gesendet und ich muss ehrlich sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was da genau im Detail gesendet wird und meine Zeit mir auch zu schade ist, mich damit genauer zu beschäftigen. Im Zweifel würde ich als informierter Benutzer diese Haken hier jetzt überall rausnehmen. Allerdings installiere ich Firefox so oft, dass ich das bestimmt hin und wieder auch schon mal vergessen habe und irgendwo auf einem PC diese Haken immer noch aktiviert sind. Natürlich kann ein Browser-Hersteller diese Daten sammeln, er sollte halt dann nicht damit werben, dass er Privatsphäre-orientiert ist. Für mich macht es halt keinen Sinn, wenn ich mir jetzt Firefox als Chrome-Alternative installiere, dass er am Ende die Daten doch wieder bei Google laden, zum Beispiel durch diese personalisierte Installations-ID der Setup-Datei. Dann habe ich mir gedacht, naja, schauen wir uns doch mal um, was es noch für Browser gibt. Und die Werbeversprechen von Vivaldi, die klingen schon mal ziemlich gut. Der kann Tracker und Werbung von sich aus blockieren und ist auch selber natürlich sehr datenschutzfreundlich, wir verfolgen sie nicht und macht dann auch gleichzeitig so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn ich Dinge synchronisieren will. Das hat sich also eigentlich relativ gut angehört. Gut, worum man jetzt auch wieder nicht rumkommt, die Standardsuchmaschine muss man ändern. Denn die Browser finanzieren sich halt über diese voreingestellten Suchmaschinen. Das hätte ich jetzt für verschmerzbar gehalten. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter und installieren den Vivaldi-Browser und glauben jetzt mal nicht nur den Werbeversprechen. Kommen wir erstmal zu den positiven Aspekten. Beim Starten kommt so ein kleiner Assistent, der führt mich erstmal durch die Grundeinrichtung. Was mir gut gefallen hat, ist eigentlich, also ich sage eigentlich, dass er hier noch E-Mail und Kalender unterstützt. Wenn der jetzt noch eine Kontaktsynchronisierung mit CardDAV unterstützt hätte, wäre das das absolute Killer-Feature gewesen und ich hätte über alles andere hinweg gesehen. Das tut er aber nicht. Ich kann meinen Kalender mit CalDAV synchronisieren, meine E-Mails mit E-Mail, aber die Kontakte kann ich überhaupt nicht synchronisieren und das verstehe ich nicht. Der Markt ist da ziemlich ausgedünnt, wenn ich ein Programm suche, das das alles kann. Das kann Thunderbird, das kann ERM-Client und ab da wird es ziemlich schwierig. Gut, wir bleiben deshalb in dieser Klassik-Variante, weil dann nützt es mir halt einfach nichts, wenn mein E-Mail-Client meine Kontakte nicht synchronisieren kann. Gut, wir klicken mal auf Weiter. Ich importiere hier überhaupt nichts. Und jetzt kommen die spannenden Dinge. Also wenn ein Browser halt schon einen Tracker und Werbeblocker integriert, ist das ja wirklich eine gute Sache, denn dann müsste ich mir nicht noch ein zusätzliches Add-On wie uBlock Origin installieren. Also aktiviere ich das Ganze selbstverständlich und klicke hier einmal auf Weiter. So, das ist das Theme, das übernehme ich jetzt mal. Die Tabs sind oben, einfach weil ich es so gewohnt bin. Und wenn ich dann jetzt noch auf Fertig klicke, bin ich schon mit dem Ganzen durch. Der Vivaldi-Browser kommt von Opera und kann auch ein bisschen mehr als die Standard-Browser. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich das bisher nicht so vermisst in meinen Browsern und wir schauen uns jetzt mal nur die ganzen Browser-Features an. Was ich jetzt hier unten negativ merke, ist, dass es hier so eine Leiste gibt und die hat Informationen, die habe ich im Zweifel hier zweimal stehen. Nämlich die Uhrzeit zum Beispiel. Und auch das Zoom ist relativ sinnlos, denn das mache ich mit Hotkeys über die Tastatur. So, wir gehen in die Einstellungen und blenden diese Leiste einmal aus. Und zwar bei Darstellung kann ich halt diese Leiste hier jetzt ausblenden. Gut, das war aber gar nicht so interessant. Wir wollten uns ja die Privatsphäre-Einstellungen anschauen und hier falle ich fast vorm Stuhl. Hier sind erstmal eine ganze Menge Google-Dienste und Erweiterungen erlaubt. Das ist natürlich eine kleine Katastrophe für einen Browser, der mit Datensparsamkeit und Datenschutz wird. Gerade hier dieser Schutz vor Phishing und Mailware. Was denkt ihr, was der macht? Naja, eine Website, die ihr eingibt, wird erstmal an Google geschickt. Und die prüft dann ab, ob diese Seite dafür bekannt ist, dass sie eben Mailware verbreitet. Das Ganze lässt sich auch mit einem Werbeblogger realisieren. Der hat einfach Listen und verhindert dann den Zugriff eben auf diese Website. Dazu muss ich nicht einen Dienst wie Google benutzen. Also einfach schrecklich sowas für einen Browser, der mit Privatsphäre wirbt. Den ganzen Kreml hier schmeiße ich natürlich auch raus. Der Chrome Webstore ist ja allerdings nur für die Erweiterung gedacht. Also da werden jetzt vermutlich nicht irgendwie Daten groß gesendet, die mich beunruhigen sollten. Was ich auch eine sinnvolle Option finde, ist diesen Browserverlauf ein bisschen kürzer zu speichern. Dann werden immer besuchte Webseiten gelöscht und man kann nicht das halbe Leben an so einem Computer dann wieder nachvollziehen. So, was jetzt halt auch noch spannend ist, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, ist die Suchfunktion. Hier ist Bing bei mir aktuell als Standard eingestellt. Ich nehme mal DuckDuckGo, die ist ein bisschen datensparsamer. Und die ganzen Schwachsinn-Suchmaschinen schmeiße ich mal hier oben raus. Von denen, ich weiß, die werde ich in meinem Leben nicht benutzen. DartPage ist so ein Google-Proxy, der ist manchmal ganz nützlich und ja, Wikipedia kann ich mir auch ergoogeln. Und wenn halt gar nichts mehr hilft, ist Google vielleicht doch noch eine Option. Aber so im Standard-Modus würde ich halt mal DuckDuckGo benutzen. Das ist schon eine ziemlich ausgereifte Suche mittlerweile. Ja, aber eigentlich ist das Video jetzt schon am Ende. Ich kann natürlich diese ganzen Dinge deaktivieren. Das kann ich im Firefox aber auch. Wenn ich jetzt also Datenschutz haben will, dann sind das die falschen Browser irgendwie. Das ist ja nicht nur, dass ich jetzt die alle deaktivieren kann, die Sachen. Jedes Update bringt vielleicht ein neues Häkchen mit und ich verliere da völlig die Kontrolle drüber. Ich möchte einen Browser haben, der von Anfang an datensparsam ist. Und zwar ohne, dass ich als Nutzer dafür erstmal irgendwas tun muss. Das Umstellen der Suchmaschine, das ist halt relativ offensichtlich. Wenn bei der Suchmaschine Google steht, weiß ich, dass meine Daten gerade an Google gesendet werden. Wenn aber im Hintergrund in den Einstellungen unbewusst Dinge aktiviert sind, von denen ich gar keine Ahnung habe, ist das einfach eine andere Geschichte. Selbst ich als kleiner Nerd schaue jetzt nicht ständig in die Einstellungen meines Browsers, was da gerade Phase ist und wo meine Daten gerade schon wieder hingeschickt werden. Also wie Vivaldi kann ich euch aktuell nicht als privat faire Alternative zu Firefox empfehlen. Natürlich könnt ihr euch das hinkonfigurieren, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich habe ja schon die Nachteile genannt, die eben solche Einstellungen haben. Ich habe da immer ein bisschen Gefühl, ich verliere da völlig die Kontrolle drüber. Empfehlt mir doch mal in den Kommentaren, welchen Browser ihr benutzt. Ob ihr sagt, naja, ich stelle einfach die Einstellungen so ein, dass nichts gesendet wird. Oder ihr habt einen Browser, der vielleicht genau das schon im Standard mitbringt und ihr eben nichts einstellen müsst. Würde mich mal interessieren, ja, was ihr benutzt.